125 Jahre LVM-Versicherung. Krönender Abschluss des Jubiläums war das Mitarbeiter-Event in vier Hallen und zwei Outdoor-Bereichen für 3.500 Gäste. Ziel war es, jedem vom Azubi bis zum Pensionär Wertschätzung und Dank entgegenzubringen und das gegenseitige Verständnis für die Leistungen der Vergangenheit und der Zukunft zu fördern. Dafür wurden unterschiedliche Zeitzonen entwickelt, die die Gäste zu einer Zeitreise und einem emotionalen Eintauchen in die vergangenen 125 Jahre Unternehmensgeschichte einluden. Der Fokus wurde dabei auf Jahrzehnte mit besonderer Bedeutung für LVM gelegt. Für die entsprechende Atmosphäre in der jeweiligen Epoche sorgen historische Zeitzeugen aus der Geschichte der LVM-Entertainment-Module Buffet-Stationen. Bars, die dazugehörigen Sitzmöglichkeiten Künstler und Musik. Mit dem thematisch passenden Catering wurden die Gäste mit auf eine kulinarische Reise durch die Jahrzehnte genommen. Durch das gesamte Setup hatte man die Möglichkeit, ohne vorgegebenen Ablauf die Zeitepochen zu entdecken. Gemeinsame Aktivitäten sorgen für ein spielerisches Kennenlernen der Mitarbeitenden untereinander und wecken Erinnerungen an Erlebtes aus der Kindheit und Jugend. Die Emotionalisierung wird zusätzlich durch die auf die Zeitzone abgestimmten Künstler- und Artisten-Shows verstärkt. Nach der Zeitreise kehren die LVMler mit einem exklusiven Konzert eines deutschen Top-Acts auf der großen Bühne in die Gegenwart zurück. Dieses ging nahtlos über in einer Aftershow-Party mit zwei renommierten DJs. Im futuristischen Dekor wurde in die Zukunft des Unternehmens bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.